Ich bin Axel Brümmer und mit Peter Klöckner Ausrichter von Weltsichten Festival in Thüringen. Vor 23 Jahren haben wir es als Thüringer Dia Festival gegründet, um Kulturen und die Schönheit der Welt in unsere Region zu bringen, um Menschen dafür zu begeistern. Es ist gewachsen, zum Schluss kamen 12.000 Menschen von überall her, um diese Woodstock-Atmosphäre, diese Herzlichkeit, mit den Vorträgen, mit Klettern, mit Wildwasserfahren, Lagerfeuer, Musik und so weiter bei uns zu spüren. Danach kam ein Sozialprojekt nach dem anderen, was wir über Spenden, die wir beim Festival generierten, finanzieren konnten. Weltweite Hilfsprojekte sind gestattet worden, das größte Global Social Network, wo wir heute mit 70 kooperativen und eigenen Projekten in 19 Ländern aktiv sind. Dann kam Corona. Ich möchte das Festival trotzdem durchführen, weil es ist wichtig. Es ist wichtig für uns, weil immer wieder verschieben, verschieben, da kriegst nun ein Debris. Es ist wichtig für die Zuschauer mal wieder ein bisschen so einen Hoffnungsschimmer zu haben, für die Stände, denen wir dieses Jahr keine Gebühren, Standgebühren abnehmen, damit sie wieder Mut fassen, das zu machen, was sie früher gerne gemacht haben, ihre Töpferwahn, ihre Currysuppe und, und, und. Und auch für die Referenten, die teilweise seit 14 Monaten keinen Honorar mehr bekommen haben. Wir werden uns freilich an das Hygienekonzept halten, was es heißt, dass wir auf 20 Prozent der Zuschauer runtergehen müssen. Und da wir über Pfingsten das Festival machen, und Pfingsten ist jetzt gleich, kann es natürlich sein, dass auch die paar Leute nicht in den Saal dürfen. Und deswegen haben wir noch einen Plan B entwickelt, mit unseren Freunden von Sofa reisen, wo diejenigen, die wegen Hygienebedingungen nicht rein dürfen, ihre Eintrittskarte, ihren Sitzplatz in eine Online-Karte umwandeln. Das Ganze ist ein wahnsinniger Kraftakt, der aber auch ein Zeichen sein soll für andere Veranstalter, wieder anzufangen. Es gibt eine Planungssicherheit, denn selbst wenn wir die Leute nicht in den Saal lassen dürfen, können wir das Festival durchziehen. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Und es wäre schön, dass ihr uns helft, dass wir dieses Zeichen der Hoffnung für die Zuschauer, die Referenten und Veranstalter als Pilot- und Modellprojekt durchführen können. Damit ihr ein bisschen animiert seid, wir haben überlegt, was können wir alles tun. Gibt es Bücher, Tassen vom Weltsichten-Festival bis hin zu exklusiv Vorträgen. Ich hoffe, dass wir die eine oder andere Firma oder den einen oder anderen ansprechen und wenigstens 10 Euro dazu spenden. Und dann kriegt ihr euer Foto an die Rückpläne von den leeren Stühlen, die nicht gesetzt werden können. Sodass der Referent nicht gänzlich in den leeren Saal guckt, sondern eben wenigstens in eure hoffentlich freudigen Lachen gesetzt wird. Und wir wollen das Festival retten, damit es nächstes Jahr als Mitmach-Festival 2022 wieder aufreben kann für Künstler verschiedener Branchen und den Gewinn dann zu 100% in hiesige Projekte führen können. Damit wir auch wieder solche schönen Aktionen machen können, ihr seht hier die Plakate auch von Kindervorträgen. Es waren 1600 Kinder da, die gebannt den Erzählungen von Thomas Bambardo über die Bären oder von Kai-Uwe Küchler über Tiere Afrikas gelauscht haben, mitgegangen sind. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir so etwas erhalten können. Bitte helft uns!